Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Starcraft Brut War mit mir, dem Retro-Gamer. Beim letzten Mal haben wir die fünfte Mission der Terraner-Kampagne gespielt, so dass wir jetzt mit der sechsten Mission weitermachen. Der Flug des Imperators. Captain, wir haben die Flüchtlinge Mengsk und Raynor zur zerstörten Protos-Heimatwelt Ajor zurückverfolgt. Es sieht so aus, als hätten die beiden in einem befestigten Protos-Camp-Schutz gefunden, das an der Basis eines vollfunktionalen Warptors liegt. Das verstehe ich nicht. Warum sollten die Protos diesen Männern Unterschlupf gewähren? Keine Ahnung, Gerard. Aber die Protos sind nicht unser einziges Problem. Unsere Sensoren haben in der Umgebung der Protos-Basis mehrere Zerg-Bruten identifiziert. Im Moment scheinen diese Bruten passiv zu sein. Aber man kann nie wissen, wann und warum sich das ändert. Sollten die Bruten angreifen, hätten wir echte Probleme, sie in Schacht zu halten. Aha. Dieses Risiko müssen wir wohl eingehen. Mengsk bedeutet eine nicht unerhebliche Bedrohung für unsere Pläne und muss eliminiert werden. Captain, sie werden ihren Angriff auf die Kommandozentrale der Rebellen in der Mitte des Protos-Camps konzentrieren. Sowohl Mengsk als auch Rainer dürften sich dort verstecken. Wir werden unsere Fregatten der Valkyrie-Klasse einsetzen und unsere Luftverteidigung verstärken. Vice Admiral Stukov und Lieutenant Duran werden ihren Truppen Feuerschutz geben und dafür sorgen, dass ihre Mission nicht durch Bedrohungen von außen gefährdet wird. So, wir sollen also Rainer's Kommandozentrale inmitten der Protos-Basis zerstören. Na gut, dann wollen wir mal starten. Oh, der Valkyrie bereit. Eine sehr starke Luft-Luft-Einheit, wie ich meine. So, wieder ein Flächenschaden. Jetzt machen wir da einen anderen Ballon, das ist schade. Steht ja wieder oben eigentlich ganz brauchbar. So, da haben wir schon mal ein paar wichtigsten Gebäude direkt geliefert bekommen. Dann lassen wir die jetzt mal landen und dann bauen wir das weiter auf. So, dann machen wir schon mal ein paar WBS. Sechs Stück an der zwei, dann bauen wir mal hier die ersten Versorgungsdepots. Die zwei gehen schon mal sammeln. Dann machen wir da noch ein Depot hin. Alles fertig! Da hinten noch eins, dann daneben noch eins, noch ein viertes, dann können wir auch gleich endlich weitere WBFs bauen. Hier geht man auch sammeln. Du brauchst da mal die Akademie. So, der geht da sammeln. 7 haben wir jetzt am Sammeln, 3 sind aktuell im Bau. 8 fertige, 12 im Bau. So, wir sind schon da. Na gut, die Zerke wird auch nicht mehr. Auf, Zahl 12. Lass. Kapitän, das Borgtor in der Mitte des Protos-Camps wurde aktiviert. Unsere Sensoren zeigen an, dass die Energie des Tors einen Angriff der Zerg auszulösen scheint. Seien Sie auf alles gefasst, Kapitän. So, du brauchst da mal eine Energie. Zusatz fertig. Die Zerg greift ein paar Fotos an. So lange mal von mir aus. Dann soll er mich mal noch verlassen. Verstanden. Verstanden. Hey, wir zum Dienst. Ja, Sir. Alles Roger. Befehlereisen. Bestätigt. Repariert hier jetzt mal die Evacuen. BWF Abflug bereits, Sir. Alles Beratereisen. Ja, ich gehe hier mit in die Öffinerie. Hier baue ich die Konsatzstation. Jawohl. Zweite ist fertig. Dritte ist fertig. Lass uns hier mit in die Öffinerie. Hier geht's mal um den Abflug. Und jetzt kann man mal nach oben legen. BWF Abflug bereits, Sir. Alles Roger. So, ich weiß mal das. Ich höre. Dann nach oben. Jetzt geht's rund. Ziel identifizieren. Also los, H2. BWF Abflug bereits, Sir. So, da oben erstmal den Turm hin. So, dann noch den letzten reparieren. Wir setzen jetzt die Bunker hier hin. So, jetzt wird er oben hin. So, dann stocken wir mal auf. Ach, wir holen jetzt auf. Da haben wir noch Panzer. Ja, Sir. Brauchst da noch einen Turm hin. Und dann den Bunker. So, dann noch einen Turm. Alles fertig. Verstanden. Ab die Post. So, dann noch einen Turm. Alles fertig. Komm noch, erwarten wir zum Dienst. Das ist fertig. Dann noch einen Bunker hin. Dann noch einen Turm hin. Verstanden. Alles roger. Ja. Forschung abgeschlossen. Ich höre. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen. Alles fertig. Alles fertig. Du schlagst einen Deentransporter. Lass dich um ihn ausladen. Alles fertig. Alles fertig. Weiter geht's. Ich will erstmal den Turm hin. Erstanden. Befehle erhalten. Alles runter. Helm mir zum Dienst. Ziel. Hauptquartier. Empfange Befehle. Reliant. Ich schiebe halt hier nach vorne wegen getarnten Einheiten. Ab die Portion. Ja, Sir. So. Zielgebiet absolut. Alles fertig. Ja, Sir. Befehle, Captain. Alles fertig. Ja, Sir. Ab die Post. Zielgebiet. Weiter geht's. Wird ausgeführt. Ist mir ein Vergnügen, Sir. So. Alles fertig. Alles fertig. Befehle, Captain. Erstanden. Du warst da jetzt mal gleich das. Ab die Post. Tiefen. Befehle, Captain. Alles fertig. Ich höre. Alles fertig. Du warst da im Turm. Zielgebiet. Klappst du dich auf. Klappst du dich auf. Klappst du dich auf. Klappst du dich auf. So, eine Klappst du dich auf. Oh, dann noch hier mal das Institut. Ab die Post. Mit Physik-Löber. Alles identifizieren. Absolut. Ich höre. Haltet euch fest. Jetzt geht's rund. Achtung. So, die hier. Natürlich, mein Lieber. Da. Perfekt. Jawohl. Perfekt. Jawohl. Natürlich, mein Lieber. So, wir wollen ein Zerk. Alles fertig. So, das ist weit fertig. Und da, Turm. Zielgebiet. Wird ausgeführt. Zusatz fertig. Vielleicht noch da. Muss was vernichtet werden? Ziel. Übermittelbefehle. Verstanden was? Alles fertig. Verstanden was? So, immer schön weiterbauen. Alles fertig. Alles fertig. Alles fertig. Was ist denn das nicht gesendet denn dann? Befehle, Kapitel? Verstanden was? Ja, noch gar nicht. So, bin ich noch für die ersten zwei Kreuze. Habe ich jetzt auch schon. So, die bringe ich mal nach da oben hin. Ja, Sir? Alles fertig. So. So. Nächste Kreuzer in die Warteschlange. Der Turn ist auch fertig. Dann machen wir da jetzt erstmal ein Waffenlager. So. Kreuzer haben wir schon mal. Irgendwie im Moment gerade. Oder gesperrlich. Espingas und Mineralien. Um Kreuzer zu bauen. Alles fertig! Ziel! Schnallt euch an, Jungs! So. So langsam geht's was. Müser nährt sich das Eichhörnchen. So. So. Das ist auch bald fertig. So. So. Fertig. So, das ist jetzt fertig. Gucken wir mal, wie weit ich hier noch weitere Impulse oben drauf bekomme. Schwierige Situation. Muss was vernichtet werden? Ich helfe doch immer wieder gern. Eingabe der Koordinaten. Alles fertig. Befehle, Captain. Befehle erhalten. Alles roger. Ziel. Schnallt euch an, Jungs. Haltet euch fest. Jetzt geht's runter. So, fleißig. Immer weiter. Alle Mannschaften bereit. Alle Mannschaften bereit. Tick für Stück. Wir haben Glück, dass wir bisher quasi weitersgehen in Ruhe gelassen worden sind. für den Gegner wir können uns jetzt alles fertig und wir können uns auch in Ruhe entwickeln einsatzbereit alle Mannschaften bereit so 4 Kreuze sind fertig 1 2 blau Panzerungsabwehr läuft dann machen wir schon mal ein paar Marins alles fertig erstanden so so alles fertig Befehle, Captain bereit für die Action alle Mannschaften bereit ruf Frequenzen auf bestätigen optischen empfangen brillant beginne los geht's bestätigt die 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 rüber rüber holen so jetzt fünft da wächst es den Auftrag Die Upgrade sind doch schon ganz gut. Guten Tag, Commander. Kreuzer einsatzbereit. Muss was vernichtet werden. Guten Tag, Commander. So, läuft immer besser. Ich glaube, wir sind gleich so weit, dass wir was sagen können. Ich helfe doch immer wieder gern. Ich würde sagen, das war doch perfektes Timing. Ich muss dann in dem Moment lang fliegen, wenn er kommt. Ziel, haltet euch fest. Jetzt geht's rund. Eingabe der Koordinaten. Haltet euch fest. Jetzt geht's rund. Eingabe der Koordinaten. So, ich reparierf jetzt mal hier die Sachen. Ziel identifiziert! Schielen! Ich muss die auch reparieren. Zuerst in die Karte. Eingabe der Koordinaten. Eingabe der Koordinaten. In transit HQ. Eingabe der Koordinaten. Verstanden. Eingabe der Koordinaten. Eingabe der Koordinaten. So. Gute Tag, Commander. Jetzt auch mal. Ruffrequenze laufen. Ich höre. Ziel. Verstanden. Verstanden. Hat mich jemand angepiept? Worauf soll ich fallern? Eingabe der Koordinaten. Eingabe der Koordinaten. Eingabe der Koordinaten. Im Flagesignal. Immer mit der Ruhe. Gute Tag, Commander. Schieß mal mit der Yamato-Kanone da drauf. Schieß mal mit der Alle Mannschaften bereit! Die Kanone... Wir lassen die Kreuzer... Alle Mannschaften bereit! Immer mit der Ruhe! So geht's auch... Schöne Reichweite meiner Panzer gelaufen... So... Ein Panzer-Upgrade für die Panzer... So, da läuft noch ein Dragona rum... Der achte Kreuzer ist auf dem Weg... Mal den Bau... Ich werde gleich den 10. hinterher schicken... Na gut, dann... Räumen wir das hier jetzt mal... Energie! Das war los! Kurs setzen! Energie! Das war los! Übermittele Befehle! Forschungsschiff und Stimme weiter nach vorne... Los geht's! So... Wundervolle... Und... Ziel... Alles bestens! Dann gleich mal... Aus... Die Kaserne verlegen wir mal nach da... Ich höre! Bitte anschnallen! Übermittele Befehle! Also los HQ! Ich höre! Bitte anschnallen! Übermittele Befehle! Also los HQ! Ich höre! Bitte anschnallen! So... Dann bauen wir da ein Turm hin... Also los HQ! Haltet euch fest! Jetzt geht's rund! Empfangesignal! Energie! Ja, Sir! Abwechslung! Da können wir gleich die Marines rein Dann können wir nach da oben und nach dem Panzer bauen Dann ein paar WTFs Ruffrequenz laufen Ja, Sir! Turm hin wieder rein Befehle, Captain Ruffrequenz laufen Geht zwei Quarzer nach oben Entfangesignal! Befehlen Quarzer fertig Ja, Sir! Alles roger Da bei dem Aufgang brauchst du jetzt mal da den Raketenturm BDH Abflug bereit, Sir! Elmier zum Dienst Kommando! Alles fertig! Ruffrequenz laufen BDH Abflug bereit, Sir! Hier ist schon ein Panzer Ab die Post! Kommando! Alles fertig! Danke! Warte auf bis BDH Abflug bereit, Sir! Jetzt geht's rund! Los geht's! Wahnsinn! Los, los, los! Ja, Sir! Befehle erhalten! Alles runter! Alles fertig! Verstanden! Alle Mannschaften bereit! Weiter geht's! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Da hin! Worauf soll ich ballern? Verstanden! Sovon, Sir! Wollen wir da den Raketenturm? Alles fertig! Verstanden! Verstanden! Guten Tag, Commander! Weiter geht's! Wird ausgeführt! Ab die Post! Alles fertig! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Wird ausgeführt! Alles fertig! Verstanden! Die letzten zwei Kreuzer noch für die Tochter! Verfehler! Halt mich! Das ist ein Forschungsschiff! Dann gehen wir nach dem Bunker hin! Ab die Post! So, der Panzer ist fertig! Dann lassen wir jetzt doch die Fabrik hier rüber wandern! Reichtest! Ja! Verstanden! Aha! So, der Fischungsbestand! Auf den Funnel! Dann... Jetzt nur noch die ersten BBS nicht dazugeben! Übernehmen! Schnellt euch an! Befehlabend! Dann würde ich auch noch eine Bräufe drüber nehmen können! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also los HQ, haltet euch fest, jetzt geht's los. Ja, ich hab gar nicht mal gesagt, dass wir hier in der Reise. Verstanden, alles Roger. Sofort, Sir. Bestätigt, helme mir zum Dienst. Befehle erhalten, bestätigt, helme mir zum Dienst. Zusatz fertig. Im Flagesignal. Guten Tag, Commander. Im Flagesignal. Immer mit der Ruhe. Muss was vernichtet werden. Im Flagesignal. Guten Tag, Commander. Ja, Sir. Befehle erhalten. Befehle erhalten. Bestätigt. Guten Tag, Commander. Das war los. Alle Mannschaften bereit. Immer mit der Ruhe. Alle Mannschaften bereit. Im Flagesignal. Kreuzer einsatzbereit. Kurs setzen. Alles Roger. Ja, Sir. Weiter geht's. Wird ausgeführt. Ziel identifizieren. Wird ausgeführt. Ja, Sir. Ja, Sir. Befehle kippen. Befehle erhalten. Erstanden. Abdeppig. Erstanden. Befehle erhalten. Befehle koordinaten. Bitte anschnallen. Befehle, Sir. Forscher berichtet. Absolut. Alle Mannschaften bereit. Alle Mannschaften bereit. Also los, HQ. Also los, HQ. Alle Mannschaften bereit. Befehle erhalten. Alles Roger. Sofort, Sir. Guten Tag, Commander. Ruhe Frequenz laufen. Hauptquartier. Ruhe Frequenz laufen. Alle Mannschaften bereit. Zielgebiet. Absolut. Ziel identifizieren. Im Flagesignal. Übermittele Befehle. Im Flagesignal. Upgrade fertig. Upgrade fertig. Energie. So, die Fliegen mit dem Kreuz haben wir hoch. Dann war los. Kurs setzen. Immer mit der Ruhe. Upgrade fertig. Kurs setzen. Ruhe Frequenz laufen. Ich helfe doch immer wieder gern. Also los, HQ. Ja, Sir. Iga mit der Ruhe. Ihre Streitkräfte werden angewandt. Ich höre. Bitte anschneiden. Ich helfe doch immer wieder gern. hier. Ich Versuch's bei j uh. Ich lese. behind another. and start. auf Französer die level der побellee dreai. Smoke's 아니�. Who leid for man. You see you. You see you. You see you see you can you see you're warenĩ Die sind natürlich auch alle platt. Auch noch. Muss was vernichtet werden? Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Oh, beim Raum sieht das doch schon mal ganz gut aus. Also los HQ, schnallt euch an, Jungs, lasst mich nicht warten. Befehlekämpfer? Kurs setzen. Immer mit der Ruhe. Dann war los. Kurs setzen. Ja, Sir. Schädigt. Alles roger. Dann war los. Dann war los. Immer mit der Ruhe. Energie. Übermitteln. Übermitteln. Beginne. Alle Mannschaften bereit. Bestätigen optischen Empfang. Energie. Dann war los. Immer mit der Ruhe. Befehle. Befehle Käpt'n? Alles roger. Nur forster. Alles roger. So. Alles roger. So. Ich versuche aber möglichst unser Weg zum Kommandonsautomaten. Guten Tag, Commander. Immer mit der Ruhe. Guten Tag, Commander. Immer mit der Ruhe. Ruhfrequenz laufen. Empfangesignal. Befehl, Captain. Guten Tag, Commander. Kurz setzen. Immer mit der Ruhe. Energie. Ruhfrequenz laufen. Ich höre es doch immer wieder gern. Schiedsicht. Guten Tag, Commander. Alle Mannschaften bereit. Empfangesignal. Energie zum Dienst. Immer mit der Ruhe. Empfangesignal. Befehle, Captain. Schiedsicht. Befehle erhalten. Ja, Sir. Befehle, Captain. Also los, HQ. Guten Tag, Commander. Ich habe die Ruhe verrepariert. Energie. Um es zu sammeln. Dann war los. Ich habe die Ruhe. Immer mit der Ruhe. Energie. Kurz setzen. Energie. Immer mit der Ruhe. Gute. Ich habe die Ruhe. 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 Guten Tag, Commander. Oh, das ist ja schon mal geliefert. Nichts! Energie Das war los Alle Mannschaften Upgrade Upgrade Gotofa Immer mit der Energie Immer mit der Energie 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 Immer mit der Energie Energie Alle Mannschaften Bereit Energie Alle Mannschaften Bereit Wir fahren Sie nahe. Alle Mannschaften bereit. Energie. Dann war los. Hochfrequenz und auf. Gute Tag, Kommand. Vorsetzen. Immer mit der Ruhe. Alle Mannschaften bereit. Gute Arbeit, Käpt'n. Die Kommandozentrale wurde vernichtet. Aber wie es scheint, wollen Mengsk und Rainer durch das Warp-Tor fliehen. Bereiten Sie sich darauf vor einzugreifen und Ihr Schiff abzufangen, bevor... Moment, ich empfange gerade mehrere Zerg-Signale aus Richtung Nordosten. Das ist Durans Position, aber das scheint seine Truppen abgezogen zu haben. Das ist merkwürdig, Vice Admiral. Meine Scanner zeigen überhaupt keine Zerg. Haben Sie vielleicht technische Probleme mit Ihrer Ausrüstung? Lieutenant, wenn diese Zerg durchbrechen, werden wir niemals in der Lage sein, Mengsk gefangen zu nehmen. Ich erteile Ihnen hier mit dem direkten Befehl, zu Ihrer Position zurückzukehren und meine Truppen zu verstärken. Oh, tut mir leid, Sir, aber Ihr Signal scheint, schwächer zu werden. Ich konnte den letzten Teil nicht verstehen. Ich werde versuchen, später wieder Kontakt herzustellen. Duran, Captain, Ihre Position wird innerhalb von 15 Minuten von zahlenmäßig stark überlegenem Zerg überrannt. Ich schlage vor, dass Sie sofort den Rückzug zur Flotte antreten. Informieren Sie Admiral Dugal darüber, dass ich noch eine persönliche Angelegenheit erledigen muss. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Guten Tag, Commander. So, das war's auch noch mit dieser Mission. Wenn Euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.